Der zweite, der dritte, der vierte, die Plämmobil-Helden. Hallo, wir zeigen euch wieder ein Abenteuer auf der vergräßenen Insel. Wollt ihr es schauen? Natürlich wollt ihr es schauen. Okay, das Abenteuer wird vielleicht ein bisschen grenzlich, aber ist auch egal. Wir können jetzt gleich anfangen ins Tecto-Chameleon. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay, ich habe alles. Wir können los. Wartet einfach kurz. Nicht so schnell. Der schwarze Baron. Ja, ganz rechts. Warte, gleich bin ich da. Ja, bitte. Was soll ich mit zwei Fackeln anfangen? Halt die einfach. Hallo? Ja, gleich wird ihr sehen, wie ich gegen den gewinne. Halt die einfach. Ja. Ja. Und hier! Schrauch! Und hier! Schrauch! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich werde mich reißen, ich werde mich reißen. Zum Glück. Wir müssen schnell ins Texokamele, bevor sie zurückkommt. Wer weiß, was sie alles noch anrichten. Hallo Leute. Da sind sie wieder. Hier drin sind wir sicher. Keine Angst. Wieso geht es nicht nur mit Kühlsensoren und mit Titanaglas? Ja, 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 ja. Für mich ist nix reich zu knacken. Oh nein, aber wir sind umzingelt. Also er gibt euch, was willst du? Dem Thron, sonst nix. Ein Kind sollte nicht der König sein, sondern ein Erwachsener. Na und aber, das Kind wurde gewählt. Na und, mir doch egal. Kommt er raus. Vielleicht drücke ich bei euch ein Auge zu und ihr seid nur mein Putzdienst und nicht dem Kerker. Also nein. Kommt er raus. Oder was? Oder ist das Schöpfe? Hübsches Gefährt. Echt dumme Idee. Wieso? Weil man das Gefährt fliegen kann. Na und? Pfff. 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 sehen wollt, dann gibt mir den Drohnen. Niemals. Okay. Tschau! Autsch! Und jetzt schnell weg von hier. Muss ich wieder erwachen. Nacht ist im Gefängnis. Ist im Gefängnis wertlos. So, sie kommen ins Gefängnis. Kannst du die Zukunft vorher sehen? Nein, wir bringen sie ins Gefängnis. Das müssten wir schnell machen. Bevor sie aufwachen. Hier noch bisschen warten. Gleich können wir losfahren. Manche losfliegen also nicht. Was? Wo sind wir? Im Gefängnis. Was? Nein! Mein Plan war doch so genial! So genial! So genial! Das war mein Plan und nicht dein Plan. Doch, das war dein Plan! Wieso hätte ich noch auf dich gehört? Ja, das war's dann wieder. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!